Felsen 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 Ah, Grinser ist gefallen. Ich würde ja auf sein Ableben trinken, aber die ständige Anstoßerei ist einer der Gründe, warum ich nach Talarane versetzt wurde. Tja, ihr habt euren Teil getan, indem ihr die Welt von ihm befreit habt, aber es gilt noch mehr Bestien zu erschlagen. Und diese spezielle Bestie Kolmir ist nicht so leicht zu töten wie die anderen. Kolmir ist ein Ettin, ein Kriegspriester, der sich in Talarane niedergelassen hat. Ettin sind keine sonderlich intelligenten Wesen, aber das machen sie mit ihrer Stärke wett. Nun, vielleicht unterhalten wir uns später. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Oh, 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 oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR